Jo, es geht hier, hier sind die Jungs von BullshitTV an der dunklen Ruhr-Uni, falls ihr euch gefragt habt, was haben wir heute hier gemacht, also vor euch gestern, wir haben gedreht, Studenten, die jeder kennt hier auf dem Campus, und das Ergebnis gibt es nächste Woche auf BullshitTV. Vielen Dank an die Ruhr-Uni für die Räumlichkeiten und wir hoffen, es wird ein bisschen witzig. Hoffentlich. Schaut einfach mal rein, lasst euch mal überraschen. Vielleicht findet ihr euch auch wieder im Video, dann auf jeden Fall kommentieren. Studiert fleißig weiter, und Ruhr-Uni, bist die Beste. Beste Lern. Ciao.